ja oder immer wieder diesmal wieder mit dem fanny wie auch beim nächsten mal und mal gucken ob wir jetzt daraus gelernt haben aus den letzten runden also ich habe ja generell noch gar nicht gelernt aus keiner runde ich hab das jetzt nur gefällt geht gar nicht ich brauche erst meine schöne sniper und dann geht es richtig los ich habe immer so das gefühl hat wird bei mir manchmal gar nicht besser sondern schlechter kann man sehen wie man will so meine damen und herren ich habe doch hier in charge warum nehme ich das denn nicht blöd kann man die den backen wechseln achso nee das ist falsch das war ich hab noch ich hab's noch nicht so mit 1 und 2 oder was nur das ist ja krack wursch zu mir schrocken immer was auch jetzt glaube ich vor jetzt kommt einer das war schön bei dir dazu gut ist wo sind denn die ganzen idioten wenn man die man braucht na ich habe bin extra so umgelaufen weil ich mir dachte schon hat die wahrscheinlich so blöd von hinten kommen da kommt er um die ecke gejumpten dachte er konnte mich töten das ist ja richtig schlecht von ihm aber so ist das bei mir nicht ja bei mir ist das richtig schlimm ich nehme die meisten gegner gar nicht wahr ich renne den schön vorbei man bilderprestige affe ich hasse euch alle rein sterben ha ha getötet ach ich auf oh was ist das denn für eine scheiße der stand ja schon drinnen ich mich viel zu doll auf ach meinen ist das fisch ich habe eine schnelle und du kannst mir gar nichts vor allem treffe ich die nicht wo bist du denn dette die klar von wo sonst alles andere ja vollkommen langweilig geworden warum warum kann ich es nicht warum bin ich so schlecht ich muss mir echt mal angewöhnen dass ich die gegner wahrnehme das ist auch echt zum gott wo ja die gegner wahrnehmen da würde ich mir manchmal auch wenn ich gar nicht gute euch habe voll angst ich bin ich habe schon wieder so bock traurig nur vor wir teilen ja aber auch so alt aus die kann der echt die ganze mannschaft geht doch gar nicht ich habe mir so umgebracht so ich war für mich vor der börse Kostmo und so muss jetzt auch noch einer von der Seite kommen warum genau ah man wieso boah alter wie ich das hasse jo gerade gesworen gleich tot und ich bin schon wieder der beste lass mal ich krieg schon so ein telefonnummer raus und dann werd ich mal deine mutter anrufen mal beschweren man aber auch noch welche ne das wäre sowieso nicht gut gegangen ja es ist mein freund wieso ich verstehe es einfach nicht kann man das eigentlich auch umstellen dass man dieses zielen auch machen kann dass du es halt bloß dass du es gedrückt hältst ja das geht irgendwie ich hab da doch mal eingestellt aber mittlerweile hatte ich mich schon so gut dran gewöhnt gut stimmt ich messer nie aber ich jammer auch jedes mal neu ich bin schwierig dann teilweise ne weil ähm das leckt einfach nur weil du musst ja echt einen richtig guten computer haben damit du das echt ohne lecken also richtig leckfrei aufnehmen kannst ja das ist echt schwierig also ich hab da auch herbe probleme dann ey wieso wenn face shake ist ne wenn mir einer entgegenkommt wir ballern gleichzeitig auf uns wieso bin ich sofort tot bist du der letzte glaub schon ja 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 oh ist das schön da ist er ja aber er sieht aus wie du wie zu lächeln steht unten da haha ärgerlicher scheiß ja so so kann ich jetzt ja geht doch jetzt denke ich die alle weg jetzt gehe ich richtig los äh gehe ich richtig los jetzt dreh ich richtig durch genauso jetzt drehst du richtig am Rad na nein mit der Waffe kann ich noch nicht nehmen erster Blurwit 28 was ooooh das ist ja ja müssen wir uns dran halten ne haha haben wir heute noch fix agros paket ja der snow ist auch im zocken jetzt muss ich mal kurz nein ach ne kann ich gar nicht gucken scheiße ich wollte mal gucken wie man Waffen wechseln kann weil immer auf eins und zwei drücken ist ja ganz schön schul mausrad hä quatsch ne gar nicht aber gut ja ne 1 2 also ich wüsste jetzt sonst auch nicht aber kann man bestimmt umstellen und zocken jetzt ne Runde da kannst du halt gleich mal ein bisschen gucken mit der Einstellung und so ja da gehts jetzt los 64 bin ich schon na gut da heißt schon ne aber ich bin viel weiter ja ich habe schon mein drittes Prestige ja oh ne ich hasse die Map aber auf Placy habe ich schon diese PP190 oder so keine Ahnung jedenfalls ja nicht sie mal Tamponwaffe weil die wie so aussieht die die hatte ich schon in Gold die fand ich ja cool also hat ein Kumpel für mich in Gold gemacht also ich habe bis Stufe 30 den Waffenrang hoch gemacht und dann saß ein Kumpel bei mir und sagt so kann ich zocken ich sag so ja nimm mal die Waffe wieso kannst du mir ein bisschen leveln alles klar ja und dann hatte ich die danach in Gold ja gut verläuft ich glaube die äh was war da bei mir schon auch irgendwas kurz vor äh Ende jetzt ich glaube UMP UMP habe ich auf 28 mittlerweile PP habe ich auf 28 ACR auf 27 ich könnte mal wieder eine Runde mit dem P90 zocken ja mach ich jetzt auch Afrika Milit wie sie alle hier hocken ey bin ich im Fernsehen? bin ich im Internet? ich hab voll einen so weggeballert so ey den hab ich so richtig aus dem Leben rausgeholt so der war da der war da ich hab den gesehen ich wusste was zu tun ist ich hab den voll aus dem Leben rausgeholt und jetzt darf ich geh jetzt wieder rein sterben pass auf es erinnert mich total an Scrubs kennst du Scrubs? ja klar wer kennt nicht Scrubs? ich liebe Scrubs ich liebe es erinnert mich an die an die Szene wo Hausmeister von so einer alten Oma die Beine festhalten musste und den ganzen Tag darüber gequatscht hat ich wusste instinktiv also sie hat bloß gerufen Hausmeister halten sie die Beine fest und ich wusste instinktiv was zu tun ist ja Niederspruch in sich ich hab den aus dem Leben geholt ich hab den aus dem Leben geholt da konnte er gar nichts machen so ich hab immer voll Angst weiter zu laufen so aber die sind eh alle da hinten jetzt ne? die sind da hinten also ich freu mich da dann so ein bisschen ne? wenn die genau da sind wo ich nicht bin dann kannst du aber nix killen das ist ja auch schade irgendwas wird hier gerade ganz hardcore weg des Sniperts ah? joa ich mein 0 getötet 6 mal gestorben ich mein ich glaub ich bin der Beste hier mhm ich hab nicht mal n Assistenten gefeiert Predator Rakete bereit Predator Rakete bereit und dann bin ich dann tot Predator Rakete bereit Predator Rakete bereit dann nutzen wir die da mal 6 gucken wir mal auf die Predator Rakete bereit und dann geht los WUM BUM Hast du sogar einen gekriegt, Mensch? Klar. Kennt ja nichts. Boah, ich krieg rauch ins Auge. Scheiße, ich muss mir aber die Kippe ausmachen. Das ist richtig am Brennen im Auge. Ich liebe es. Wenn das Auge mitraucht. Ich bin gar nicht mehr klar. Ich renne hier nur rum, krieg von allen Seiten ins Gesicht geschossen, ey. Drohne. Mit 5. Alles klar. Ich bin diesmal mal so ein bisschen am Campen hier. Seh das schon. Jetzt müsst ihr eigentlich weg. Naja. Ich glaube, einer ist bei dir da. Irgendwo. Ah, einer ist bei dir. Ich habe schlecke Ballert so. Aufklärungsdrohne online. Verbundete Hein kommt. Verbundete Hein kommt. Verbundete Predator drone im Anflug. Predator drone. Ah, wie ich nicht treffe, Alter. Komm. Ich muss dich doch treffen, irgendwie. Stopp Angst. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Ende. Jetzt rast ich aus. Weil ich schieb richtig Paras, ne? Oder auch nicht. Ja, genau. Komm, Alter. Boah, ey. Und ich reagiere einfach mal gar nicht. Okay. Okay. Komm, trau dich. Oh, nein. Wieso denn? Wieso nicht? Da konzentriert man sich auf einen Affen, kommt der nächste. Trauen haben es bestimmt gleich. Die sind ja so multitaskig. Die können ja bestimmt Übit suchten. Das sind richtig, die MW3-Suchtis. Ja, die machen das hier. Ey, aber wirklich. Es gibt ja Übitz viele Weiber jetzt, ne? Die erzocken. Das ist richtig krass. Ich gucke in Facebook. Alle schreiben MW3, MW3, MW3. Oh. Ey, aber pass auf. Die machen die ganze Mannschaft alleine fertig und machen nebenbei noch einen Kaffee. Yo, flash mich mal noch ein bisschen. Hallo. Ey, jetzt habe ich mich... Ich habe gerade gerade so... Ey, das war jetzt richtig schlecht. Da kann er euch wieder schön auslassen. Weil ich hinten mit dem Ziel hin wieder mal nicht auf Kette kriege, weißt du? Alter. Ah, Fichtel. Aufklärungsdrohler online. Yes, Mann. Ich sehe dich nicht und du killst mich. Yeah. Oh. Kann ich nie drüber schreiben. Bist so hässlich. Bist so hässlich. Ehrlich. Ah, pass auf. Da in der anderen Nische. Oh, ich gehe ihn hier holen. Ach da. Oh, zwei Stück. Mann. Scheißen. Ja, wozu mache ich eine Aufklärungsdrohne, wenn jetzt schon wieder es weg ist? Den einen habe ich mit dem Semtex weggeholt, so. Da kenne ich ja nichts. Dann habe ich voll das Semtex-Ding in den Kopf reingeschmissen. Oh, 19 mal gestorben, Alter. Ich bin so gut. Bram, bram, bram. Da geht es rund. Wie lange haben wir denn jetzt? Reicht das hier? Mit der Aufnahme? Noch ein bisschen labern. Bla, bla. Hallo. Boah, ich habe voll die Sachen freigeschaltet. So voll den U-Punkt, so für die B90. Und ich mag die B90 irgendwie. Gut, aber ich würde sagen, das reicht mal wieder für heute. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal so. Tschüss. Sagst du gar nicht tschüss? Doch, ich sage tschüss. Tschüss. Doch, tschüss.